In diesem Bezirk wird das Leben zur Einbahnstraße. An jeder Ecke blüht das Verbrechen. Es gibt tausend Möglichkeiten, dem Tod zu begegnen. Und nur geringe Chancen, ihm zu entkommen. Wenn man nicht der Beste ist. Merkt ihr, man nummerst nachts nicht in Parks rum. Und man lässt von fremden Frauen die Pfoten. Belinda Clark ist L.A. Cat. Eine Frau, die leidenschaftlich liebt und jedes Verbrechen bekämpft. Zeig's mir! Die jagt die Opfer. Ich dachte, ihr beiden wolltet euch mit mir anlegen. Nein! Und bringt sie brutal zur Strecke. Sie kennt kein Erbarm. Du Schwein! L.A. Cat. Ihr sollt mich nicht anmachen. Das ist schlecht für die Gesundheit. Jetzt reicht's wohl! Korruption und Gewalt blühen im Dschungel der Großstadt. Wo das Gesetz versagt, ist man auf Selbsthilfe angewiesen. L.A. Cat. Die Begegnung ist tödlich. Eine Wegegnung ist tödlich. Herr W구� kerrer... Nie wegegnung ist da, kann man man um einen Moment verlassen. Füridee Pr Bengal es mit Molina ein schöner 나온. Aber wie viel da ist. Der Legegnung ist da, weil es nichts sans Gonna Magpie wieder nehmen. Die Begegnung ist ein Lord.